Hallo und willkommen zurück zu Diablo 2 Resurrected. Letzte Folge haben wir die Quest abgeschlossen, das richtige Werkzeug. Jetzt bleibt für Kapitel 1 nur noch einer übrig. Und dazu müssen wir jetzt hier den Deckard Cain ansprechen. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben, die die Schwesternschaft der Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Huradrinschriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. Okay, dann wissen wir ja Bescheid. So, und da haben wir die Quest offen. Findet Andariels Lager tief in den Katakomben des Klosters. Gut, das heißt, wir müssen wieder zurück zum Kloster. Wir haben jetzt Stadthotel, da haben wir jetzt keinen mehr. Okay. Gut, dann gehen wir mal nochmal zurück. Gucken wir uns das mal an hier. Hm. Gefängnis müssen wir, glaube ich, zu. Da müssen wir jetzt tief nach unten. Welch grässliche Foltern haben hier stattgefunden. Ich glaube, hier sind wieder... Ja, hier ist es vorne. Jo, danke. Können wir mal gebrauchen. Ja, wir gucken, dass wir jetzt hier erst mal nur durchlaufen. Und hier haben wir eh schon alles erkundet. Äh, warte mal. Von hier sind wir gekommen, ne? Zur Kaserne, ja. Hier war das Stadtportal. Ach, da oben, okay. Äh, da oben, da oben. Äh... Ah, ok. Nee, guck mal. Hier haben wir rum. So, hier müssen wir dann in die Etage tiefer gehen. Jo. Dann gehen wir mal in die Ebene 2. So, weiter geht's. Gut, hier waren wir noch nicht. Hier geht es dann weiter. Okay, wir haben hier wieder mehrere Wege. Gehen wir mal kurz links gucken. Ein Gespenst. Gut. Mar-Trank können wir mal kurz benutzen. Äh, Mar-Trank. Im Heiltrank. Das hab ich schon gesehen, ja. Hier gibt's schon mal nix. Was hat denn da grad aufgeleuchtet? Das hab ich schon gesehen, ja. Da brauchen wir nix von. So, was haben wir hier drinnen? Wahrscheinlich gar nix, ne? Ja. Gut. Gehen wir mal weiter. Okay, hier dürfen wir wieder Slalom laufen. Ah, hier geht's in die Ebene 3 schon. Wo machen wir da gleich runter? Oh, wir gehen gleich runter. Was soll's? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Viele Knochenhage, ja. Eisenhut brauche ich nicht. Oh, ich muss mal ganz kurz zurück. Heiß, der Killer. So, was wollen wir hier? Ja, nix besonderes, ne? Gehen wir einfach mal hier weiter. Das hat sich schon wieder gelohnt. Ich glaube, in den meisten Truhen ist eh nix drin. Öh, ne. Den Fässer meiner Haare. Was ist das? Das nehmen wir mit. Okay, wir haben mehrere Türen zur Auswahl. Bauen wir nicht. Gut, hier geht es dann weiter, ne? Zum inneren Kloster. Da wollen wir doch hin. Dann lassen wir das andere jetzt links liegen. Hier ist ja eh genug zum Looten. Okay. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein Schlottenportal. Äh, ein Portal meine ich. Das ist nämlich schon mal gut. Da kommen wir, oh, da kommen wir nämlich gleich wieder zurück. Geht nur noch da lang, ne? Oh, jetzt ist es süß da. Äh, hallo. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Ach, da ist er schon wieder. So, da brauchen wir halt nie so viel aus. Ach, kein Wunder, da ist ein Boss dabei. Äh, wo geht's hier raus? Oh, jetzt locke ich natürlich noch mehr an. Äh, nicht gut. So, wo ist er? So, wo ist er? Boah, was für eine Falle. Wir hätten euch wieder geholt. Komm, das Auge. Der steckt aber einiges weg hier, ey. Oh, wir haben gleich. Oh, da ist ja noch einer. So, ein Schild. Palltrank. Regenerationstrank. So, nehmen wir gleich mal. Äh, Pfeile können wir mitnehmen. Oh, das war die denn. Brauchen wir nicht. Also, wir hatten aber noch einen Brunnen. Hätten wir uns halten können. Oh, da haben wir was Gutes. Ein Dolchmesser. Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay. Och, die müssen dann wegfahren. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ja. Jetzt lass mal gucken hier. Das sind wieder zu viele Mana-Tränke. Halt. Na. Ah, gut. Den hauen wir noch weg. So, dann haben wir wieder ein bisschen was frei. Jetzt gucken wir mal. Die zwei können wir mitnehmen. Leicht und Haltröck nehmen wir noch mit. Gut. Ah, sorry. Warte. Großer. Jetzt wirst du hier schon größer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier in der Kathedrale in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. EINID example. Okay.